Hiho und willkommen zurück, meine lieben Freunde der Zauberer-Zunft zu Battlemages. Ja, in der letzten Aufnahmesession ist sehr viel passiert. Die Elfen wurden von einem schwarzen Magier verraten, der uns die Untoten auf den Hals gehetzt hat. Wir mussten den Kaiser in Sicherheit bringen. Wir haben einen anderen Zauberer, der uns auch verraten, der uns verraten hat, getötet und so weiter. Ah ja, jetzt sollen wir die Elfenprinzesse treffen, da diese Information über den schwarzen Magier zu haben scheint. Und müssen dafür zu den Anliegenden stecken. Ja, also mit den beiden Städten müssen wir reden. Die werden garantiert wieder Aufgaben für uns haben, die wir erst lösen müssen. Ich sehe Steinbruch hier und da drüben war doch auch ein Steinbruch. Direkt bei uns, da ist das Holzfällerlager. Die Brücke ist halt im Eimer. So, dann gucken wir mal. Erstens müssen wir Truppen nachfüllen. Jedenfalls fehlt uns ein Paladin. Und wir bräuchten nur noch vielleicht so einen Trupp schützen. Sprechen mit den Einwohnern von Korn. Korn will über die jüngsten Ereignisse. Überall Verrüstung. Was ist nur mit eurer Stadt passiert? War sie nicht einst die größte Grenzniederlassung des Kaiserreichs? Alles ist auf einmal passiert. Zuerst die Elfen, dann diese dreckigen Unholde. Seht nur das Unglück, das uns widerfahren ist. Ich bin so entsetzt. Seid ihr wirklich alle bereit zu sterben? Was sollen wir tun? Wir hätten über die Brücke entkommen können, wenn sie nicht zerstört worden wäre. Unsere Holzarbeiter können Bauholz herstellen, um sie zu reparieren. Aber ohne die Hilfe der Steinmetze von Leviza schaffen wir es nicht. Gut, okay. So, dann holen wir uns einen Trupp schützen und... Ja, holen wir uns noch einen Trupp Schwertkämpfer. Ja, Sir. Euch würde ich gerne wieder auf volle Stärke bringen. Jawohl, Sir. Wird erledigt. So. Wird erledigt. Schon erledigt. Jetzt sind Bauern unterwegs von hier aus. Schon erledigt. Kein Problem. Also ja, hier oben ist nur der Steinbruch. Und hier sind die Briganten. Okay, die sind etwas schmerzhaft, die Briganten. Ich habe tatsächlich dadurch einen meiner Paladine verloren. Schon erledigt. Durch so ein paar olle Briganten verliere ich Paladine. Hm. Kein Problem. Ein Brigantenlager. Auf zum Sieg. Kein Problem. Wird erledigt. Könnte aber auch vermutlich daran liegen, dass mein Paladin einfach Pech hatte. Und alle Briganten auf ihn eingeprügelt haben. Ja. So, was habt ihr da aufgesammelt? Ja. Ja, von mir aus. Ja. Auf zum Sieg. Also ja, hier wollte ich nichts machen. Ich wollte eigen... Oder? Ich habe viele Erfahrungspunkte. Aber was wollte ich als nächstes machen? Mana auf 450 steigern? Oder... Warten wir erstmal ab, bis wir genug Punkte haben für die Fähigkeiten. Bereit. Aber ja, das Ding kann erstmal raus. Ja. Mit Vergnügen. Und du kannst es aufsammeln. Dann wirst du halt eine Glaskanone. Auf zum Sieg. Ist mir eine Ehre. Schon erledigt. Und ja, es macht sich bemerkbar, dass wir den Spiel benutzt haben, der die Geschwindigkeit der Leute steigert. Also meine Armee steigert. Sie laufen etwas schneller. Wird erledigt. So, ist die Frage, will ich mich mit dem Chaos-Magieknoten anlegen? Was? Schon erledigt. Eigentlich ja. Zum Sieg. Wir greifen an. Ja. Wir greifen an. Auf zum Sieg. So, was? Verteidigung. Gut, das können wir gut gebrauchen. Jawohl, Sir. Dunkler Schreckens-Magier hier. Schon erledigt. Äh, wo kommen die auf der anderen Seite auf einmal her? Wir greifen an. Bereits zum Kampf. Okay. Schon erledigt. Damit muss ich jetzt sagen, habe ich nicht so gerechnet. Auf zum Sieg. Tötet sie alle. Wohin gehen? Tötet sie alle. Ich. Wir gehen. Wir gehen. Wir dienen dem Kaiserreich. Zum Sieg. Okay, das war... Wir gehen. Wir gehen. Wir gehen. Wir gehen. Keine. Wir lassen. Jawohl, Sir. Wird erledigt. Auf zum Sieg. Auf zum Sieg. Ich habe nur keine Ahnung. Sind die hinter mir her? Schon erledigt. Tötet sie alle. Hä? Schnell. Gehen wir. Ziel. Jawohl, Sir. Wir greifen an. Okay. Wieder Zauberer verloren. Wird erledigt. Ja. Auf zum Sieg. Komm, aber die anderen so schnell her. Verstehe ich gerade nicht. Auf zum Sieg. Auf zum Sieg. Kein Problem. Bereits zum Kampf. Mit Vergnügen. Immer bereit. Wir gehen. In Ordnung. Euer Feind ist mein Feind. Mit Vergnügen. Auf zum Sieg. Ja. Und wieder ist er gefallen, weil ich zu langsam war. Äh. Kein Problem. Schon erledigt. Das ist machbar. Muss mich da bloß ein bisschen besser anstellen. Schon erledigt. Wird erledigt. Wird erledigt. Wir dienen dem Kaiserreich. Mehr Blut. Immer bereit. Ziel. Wir dienen dem Kaiserreich. Jawohl, Sir. Auf zum Sieg. Schon erledigt. Jetzt bin ich mich langsam verarscht. Äh. Auf zum Sieg. Aber echt, ey. Kein Problem. Kein Problem. Wird erledigt. Mit Vergnügen. Uah. Ja, auf der Fuß zu hängen, das ist furchtbar. Das war bei der Paladine. Meine Güte. Mit Vergnügen. Auf zum Sieg. Auf zum Sieg. Schon erledigt. Tötet sie alle. Schon wieder war ich auf der falschen Seite. Jawohl, Herr. Bereit. Wird erledigt. Wir greifen an. Äh. Nicht gut. Ja. Bereit. Schon erledigt. Wird erledigt. Schon erledigt. Kein Problem. Wo zur Hölle ist der Paladin? Kein Problem. Rette. Nicht. Ah. Nicht gut. Wird erledigt. Kein Problem. Okay. Auf zum Sieg. Schon erledigt. Wird erledigt. Ich weiß nicht mal, folgen die mir hier in die Richtung? Oder patrouillieren die? Wird erledigt. Die scheinen zu patrouillieren. Schon erledigt. Schon erledigt. Auf zum Sieg! Bereits zum Kampf! Ich konnte das nicht einsetzen, warum nicht? Okay. Kein Problem. Kein Problem. Kein Problem. Okay, wir haben die nächste Stufe erreicht. Die anderen Gegner sind weg. Wird erledigt. Bereits zum Kampf! Wir tunen den Freizeit, euer Kommando! So, den Rüstungspanzer für die. Auf zum Sieg! Kein Problem. Schon erledigt. Ja, hier ist unser... Kein Problem. ...Hauptquartier. Die Chaos-Magikquelle haben wir gesäubert. An der Natur-Magik-Quelle ist niemand? Hm. Okay, gehen wir erst einmal zu dieser Stadt hier. ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020